Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier vom Big Bio Hof Bergmann. Auf der Hof Bergmann ist schon wieder ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Wir sitzen in Marcel Ferguson, fahren zum Händler, denn wir gucken oben rechts. Dort sehen wir, wow, wir sind fast pleite. Das hat einen Grund, denn ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, dass wir eine Einzelkornseemaschine kaufen und nicht, dass wir uns eine mieten. Wir werden zukünftig ja immer noch wieder was ansehen müssen und ich habe jetzt eine gekauft, wo ich sage, die ist groß genug, damit das irgendwie für zwei, drei Felder Spaß macht, aber die ist halt preislich immer noch sehr interessant. Und ja, die holen wir jetzt ab. Ich kann ja schon spoilern, was es ist. Es ist eine Kuhenseemaschine. Gut, wir sind ja auch schon gleich da. Das ist ja alles gar nicht so groß hier auf Dorf Bergmann. Ich sage mal, das ist ja nur eine halbe Obel-Roh-Karte im Endeffekt mit ein paar anderen Gebäuden und so. Und ja, genau, da werden wir tatsächlich drei Felder ansehen und zwar einen mit Mais, einen mit Sojabohnen und einen mit Sonnenblumen. So heißt das Ganze. Und was mir gerade einfällt, ist, das ist schön, dass wir gerade hierher fahren und das machen, aber wir müssen tatsächlich, bevor wir ansehen, noch mit der Scheibenegge über unsere Öl-Rettichfelder rüber. Das ist, ja, das macht ja voll Sinn. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal mit den Serien losschicken, mit der Scheibenegge und Cosplay, dass der ein bisschen vorarbeitet. Und das werden wir jetzt auch direkt machen. Das heißt, ich setze mich dann doch nochmal ordentlich hin. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ich produziere gerade vor, weil ich bin ab übermorgen auf dem Wacken oben, ja. Und bin dann erstmal für eine Woche weg. Und ich wollte trotzdem, dass ihr nochmal ein, zwei Videos habt. Ich habe jetzt nur Euro-Projekt, habe ich noch ein Video für euch vorproduziert. Und jetzt mache ich noch mindestens dieses eine Video mit Biohof Bergmann. Dann habt ihr jedenfalls zwei Folgen in der Woche zum Angucken. Es ist, ja, da habt ihr ein bisschen was zumindest. Mehr habe ich aber auch leider nicht geschafft. Vielleicht schaffe ich es heute aber auch nur, eine zweite Folge aufzunehmen. Mal gucken. Muss ich das morgen schneiden und morgen muss ich eigentlich packen? Ich habe viel zu wenig Zeit. Dieses, dass ich gestern auf einer Veranstaltung arbeiten musste, spontane, das hat mich zeittechnisch richtig rausgekickt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Serion ist noch eingeparkt, ne. Das heißt, den müssen wir sowieso jetzt mal ranhängen, ins Fahrzeug einsteigen. Dann fahren wir mal ganz schnell zu unseren wunderschönen Scheibenegge. Den kann er auch gleich loslegen. Auf dem Maisfeld, das ist Feld Nummer 7, habe ich mir für Mais ausgesucht. So. Rückwärts ist der ganz schön langsam, muss man wirklich sagen. Gut, da steht die Scheibenegge, die gute Kinsey. Und dann schicken wir ihn gleich mit Cosplay los. Ja, ich habe mich um die Tiere und sowas schon gekümmert. Der ist nach wie vor so wendig wie ein Stein, der Serion. Ja, die Tiere sind glücklich, die sind gut versorgt und wir können uns jetzt um die Aussaat kümmern. Wir haben ein bisschen Düngen und so, wir haben ja noch ein bisschen Mist und Gülle auf Lager. Und dann machen wir mal Cosplay fertig. Das ist jetzt Feld Nummer 7. Da haben wir wahrscheinlich noch gar keinen Cosplay-Kram für gemacht, ne. Äh, ich bin doof da. Doch, Feld Nummer 7. Haben wir Saat 8 Meter. Wie breit ist unsere Kinsey eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wie breit die ist. Ich würde aber sagen, wir machen hier einen neuen Kurs. Fertig, wir klappen die mal aus. Die müsste auch so 8 Meter sein, ne. Okay. Ähm. Job erstellen. Zielposition. Vielleicht nicht in so eine schöne Richtung. Nein, nicht so. Okay. Erster Wegpunkt starten. Ja, das macht ja Sinn. Kursgenerator öffnen. Arbeitsbreite 8 Meter. Okay. Fahrzeug öffnen, Kurs 1. Ja, Vorgewende 3. Können wir auch machen. Ähm. Starter auf Bahn. Finde ich auch gut. Können wir eigentlich 10% Überlappung machen. Das reicht eigentlich komplett aus. In Kreis, bla bla bla. Dann probiert rein. Überspringen. Ein ist auch ganz gut. Äh. Generiere Feldkurs. Und dann können wir den auch direkt speichern. Hier. In dem hier. Kurs speichern. Hier rein. Und nennen ihn. Äh. Scheibenegge 8 Meter. Okay. Hier habe ich glaube ich immer noch das Feld. Nee, das Feld habe ich hier fast nie mit eingetragen. Okay. Scheibenegge 8 Meter ist richtig. Dann starten wir den Kurs. Hä? Finde ich jetzt doof. Feld 7. Scheibenegge 8 Meter. Ändere Modus. Kurs laden. Kurs. Kurs. Ordner entfernen. Kurs. Speichern und laden. Ja. Haben wir doch jetzt oder nicht? Können wir jetzt doch theoretisch. Ja. Ich bin zu doof, dass wir den Job erstellen. So. Jetzt Job starten. Ja. Was machst du drauf? Ich lasse ihn einfach mal fahren. Wir holen jetzt. Ähm. Ja dann. Das gute Stück. Ich habe gerade unter Umständen mein Joystick geschlagen. So. Wir holen jetzt unsere Sehmaschine ab. Die wir theoretisch mit 150 PS fahren könnten. Das heißt, wenn wir irgendwann mal den Koboter gegen einen etwas größeren Hufftraktor austauschen, dann könnten wir den tatsächlich hierfür benutzen. So. Können wir das Mais-Saatgut auch direkt mal eben aufladen. Müssten glaube ich die ersten beiden sein hier. Bin mir aber auch nicht sicher. Ja Mais. Warum kann ich denn jetzt nicht... Was ist denn jetzt sein Problem hier? Warum kann ich denn nicht... Muss ich den irgendwie vorher ausklappen? Hä? Gibt es irgendeinen komischen Grund, warum ich die jetzt nicht auffüllen kann? Ja, nach sehr sehr viel rumprobieren, machen wir jetzt mit der Amazone weiter. Fast derselbe Preis, wenige Arbeitsbreite, aber man kann die mit Saatgut auffüllen. Es ist glaube ich ein ganz guter Vorteil, wenn man das kann, weil das konnte man tatsächlich bei der anderen nicht. Bei der Kuh. Irgendwie konnte ich nicht mit Saatgut befüllen. Ich weiß nicht warum. Mh. Gut. Abdeckung schließen. Wir fahren... In Richtung unserer Feldes und je nachdem wie weit denn unsere Cosplay-Helfer ist, werden wir dann nochmal eben gleich den Teleskop-Lader mit dem Saatgut holen. Und ja. Und dann in dieser Folge hoffentlich auch noch anfangen anzusehen. Das wäre natürlich fantastisch, wenn wir das könnten. Ist natürlich schade. Mal eben 25% unserer Arbeitsbreite angebüßt. Und ja. Was soll man dazu sagen? Aber wir haben eine eigene Einzelkornsee-Maschine. Das ist fantastisch. Damit verdienen wir jetzt richtig gut Geld. Und das wird schön. Das wird toll. Ja. Oh, ich weiß gar nicht so richtig, was ich reden soll. Also, wie gesagt, ich bin ja ab nächster Woche weg. Ab Dienstag. Morgen muss ich nochmal arbeiten. Dann morgen Abend muss ich packen. Irgendwie, ich werde mal gucken, dass ich heute noch Tickets buche für Zug und so. Und dann muss ich morgen Abend packen. Ich habe auch festgestellt, dass eine meiner Powerbanks kaputt ist. Und bei der anderen bin ich mir nicht sicher, ob die funktioniert. Das werde ich gleich nochmal ausprobieren. Sonst muss ich morgen auch nochmal schnell zu Oronix oder so mir eine neue Powerbank kaufen. Und was mir natürlich gar nicht passt, das bei Oronix zu tun, weil das dort einfach qualitativ und preistechnisch einfach nicht passt. Also, du kriegst da wahrscheinlich auch nur kleinere Powerbanks und so, die dann auch relativ teuer sind. Aber gut, was hilft. Wenn beide Powerbanks, die eine funktioniert, das weiß ich. Und wenn die andere auch funktioniert, die ich hier habe, dann komme ich damit irgendwie klar. Ja, so ist der Plan zumindest so ein bisschen. Gut. Den lassen wir jetzt erstmal hier stehen, weil tatsächlich muss der Klass-Heroon jetzt hier noch ein bisschen arbeiten. Da hinten müsste der theoretisch irgendwo fahren, wenn er sich nicht irgendwo aufgehängt hat. Aber er bewegt sich. Also er bewegt sich. Das ist gut. Das heißt, wir fahren jetzt mit dem Teleskop-Lader und dem Saatgut zum Feld. Wir müssen eh nochmal nachtanken da. Der kleine Korntankvolumen, der reicht ja nicht aus, ne? Das ist uns ja allen bewusst, habe ich gehört. Ah, schön, ja. Ah, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie noch nicht so richtig in Stimmung, was Wacken angeht. Ich weiß auch noch nicht warum. Vielleicht einfach, weil ich so viel zu tun habe aktuell, dass ich noch nicht die Zeit habe, in Stimmung zu kommen. Mal gucken. Wie gesagt, ich werde jetzt, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, werde ich mal Zugtickets buchen. Und dann morgen ein bisschen packen und so. Also ich bin irgendwie, ob ich so einen kleinen Pack-Vlog mache. Obwohl das relativ unspektakulär sein wird, weil ich einfach gar nicht so viel mitnehmen werde. Weil ich viel vororts ein bisschen kaufen werde, was Essen und so angeht. Dass halt Essen und so werde ich halt bis auf, ich sag mal, ein bisschen Wegkosten, nichts mitnehmen. Und allgemein werde ich da relativ spartanisch ausgestattet hinfahren. Sprich, kein Grill, kein irgendwie Pavillon oder so, sondern einfach nur Zelt, Luftmatratze, Klamotten, Powerbank. Das war es im Endeffekt. Gut. Und wir hoffen, dass auch bald der Serien fertig ist. Dass wir gleich anfangen können. Werden wir denn hier gleich Mais ansehen auf dem Feld? Wird Körner Mais? Wir werden kein Mais häxeln hier. Aber ja, allgemein wird das schon. Und ich glaube, das wird fantastisch. Bin ich ziemlich überzeugt von. Und wir, solange er arbeitet, wir können uns ja einfach mal ausnahmsweise unsere Umweltbewertung mal angucken. Weil da habe ich mich noch gar nicht weiter damit beschäftigt, was Position Farming und so angeht. Wir haben ja Position Farming. So, das hier sind ja unsere Felder. Das ist tatsächlich ein Feld mit sehr gutem Ertrag, also mit sehr gutem Potenzial, was das angeht. Wir haben hier, oh, guck mal, die Umweltbewertung ist von unseren Feldern, die wir jetzt schon etwas länger haben, gar nicht so schlecht. 91, 92, 92. Die Felder, die wir jetzt frisch dazu haben, sind 62 und 62. 55, die Wiese da hinten. Aber das wird alles, das wird alles. Und die beiden Felder, die wir jetzt halt nicht richtig angesäht haben, sondern einfach nur mit Gras bemalt haben, die haben natürlich keine Umweltbewertung. Passt aber, meiner Meinung nach. Ja, das ist schön. Das ist doch eine ziemlich gute Umweltbewertung. Das muss man wirklich sagen. Guck mal, was wirklich vergleichsweise, ja, Stickstoff, ne. Da könnten wir auf jeden Fall noch besser, eine bessere Bewertung für bekommen. Ja, unsere Umweltbewertung allgemein ist natürlich bei 70. Das liegt aber vor allem an den beiden etwas schlechteren Feldern oder an den drei etwas schlechteren Feldern. Das wird noch, das wird noch. Wie gesagt, irgendwie mehr Felder brauchen wir aktuell, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir kommen ganz gut mit den Flächen zurecht. Da sollten wir jetzt erstmal gucken, dass wir in anderen Bereichen wachsen. So, Mode aus. Denn, äh, oh ja, warte ich mal, bis der Serie nicht fertig ist. Das dauert ein bisschen und dann, äh, läuft das. Vielleicht auch nicht. Denn, wollen wir mal, würde ich sagen, ich habe gerade nochmal eben den Verkehr ausgeschaltet, weil der hat unseren Cosplay-Helfer echt in den Wahnsinn getrieben. Dann würde ich sagen, schalten wir die Sehmaschine an. Wir setzen einen A-Punkt, automatische Arbeitsbreite. Wow. Also, wir fahren relativ schnell. Das habe ich jetzt nicht so erwartet. Und, äh, wenn ich ganz ehrlich bin. So. So. Ähm. Man sieht es auch unfassbar schlecht, äh, wie hier gesät wurde oder wo hier gesät wurde auf den Scheibengeecken. Ah, damit kommen wir klar, würde ich sagen. Sag mal, wir sind ja gut. So. Und bei Mais ist es ja so, dass wir Vorgewende vorher machen können. Das ist bei, äh, bei Weizen und so ja nicht so. Dann machen wir das Vorgewende später. Bei Mais macht man das Vorgewende eigentlich immer vorher. Warum das jetzt genau so ist, kann ich euch nicht erklären. Ist aber so. Ähm. Es funktioniert. Sagen wir es so. Wir haben einen viereinhalb Meter Arbeitsbreite. Da haben wir natürlich jetzt gut was zu tun bei den drei Feldern. Und das dauert natürlich doppelt so lange wie, äh, mit der Bogo. Äh. Aber, ich sag mal, auch damit kommen wir irgendwie klar, ne? Auch damit kommen wir klar. Aber der Verbrauch ist relativ hoch. Wir haben jetzt schon über 10% verbraucht. Und wir sind noch nicht sonderlich weit. Das finde ich doch relativ krass. Aber gut. Precision Farming regelt das Ganze, ne? Also den Verbrauch zumindest. Mal schauen, wo wir am Ende enden. Aber, Freunde. Ich glaube, wir beenden tatsächlich die Folge jetzt schon, weil es ist schon ziemlich spät. Und ihr wisst ja, ich hab gerade echt keine Zeit und muss echt noch ein paar Vorbereitungen und so machen. Tut mir mega leid, dass es jetzt so kurz wurde und dass wir jetzt auch so wenig gemacht haben im Endeffekt in der Folge. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Ich hab jetzt beschlossen, ich werd jetzt keine weitere Folge aufnehmen für die Woche. Und dann ab nächster Woche bin ich dann ja wieder da und hab vielleicht auch etwas mehr Zeit. Vor allem, weil ich da am Wochenende nicht mehr so viel arbeiten möchte. Und, äh, das hab ich jetzt. Ich hab jetzt am Wochenende relativ viel gearbeitet, um mehr Geld für Wacken zu haben. Das werd ich jetzt nicht mehr so machen. Dementsprechend werd ich mir mehr Zeit nehmen können für Videos. Danke fürs Einschalten. Falls es dir gefallen hat, würd mich mega freuen. Däumchen nach oben wäre fantastisch. Und ein Abo für meinen Kanal wäre noch fantastischer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Danke und ciao.